Sie hören Jana Revedin Margarita Gelesen von Frauke Pohlmann Erschienen bei Aufbau Audio im Aufbau Verlag Der 1. Januar 1920 war ein Donnerstag. Margarita stand hinter dem Tresen des Zeitungskiosks ihrer großen Schwester und sah hinaus auf die morgendliche Piazza del Convento delle Cappuccine. Es war noch sehr früh und sie hatte, wie an jedem Morgen im Winter, zunächst den Kohlenofen an der Rückwand des Ladens gleich neben der Theke befeuert, damit die ersten Kunden, die sich üblicherweise gegen 8 Uhr einstellten, beim Bezahlen nicht die Handschuhe anbehalten mussten. Im vergangenen Herbst hatten sie sich erstmals wieder eine Kohlenfuhre leisten können. Der Krieg war endlich vorbei. Die Hungerjahre und die spanische Grippe, die im Frühjahr in der ganzen Region Venezien gewütet hatte, waren überwunden und ihr Kiosk lief wieder gut. Lisetta, die Älteste der drei Schwestern, hatte ein Händchen fürs Geschäft und konnte so die beiden Jüngeren über Wasser halten. Noch war keine von ihnen verheiratet, mit wem auch. Der Krieg hatte beinahe alle jungen Männer im Städtchen dahingerafft. Und ein Zuhause im eigentlichen Sinn, einen Ort, an dem sie aufgehoben wären, hatten sie auch nicht. Alle drei lebten sie mit ihrer Mutter im Gesindehaus der Ursulinen, seit der Vater sie verlassen hatte. Wie jeden Morgen, an dem Margarita sich hier einfand, fegte sie den Terrazzo-Boden aus, wischte mit Seifenwasser nach und polierte die Messinggriffe der Tür. Auch heute kam wie üblich Ettore vorgefahren, der alte Zeitungskutscher, der die Zeitungsballen vom Bahnhof lieferte, dazu zweimal in der Woche die Limonadenfässer und Zigarettenkartons, die Lisetta bei ihm in Bestellung gab. Er unterhielt sich auf der Piazza mit ihr, während Margarita die Ballen aufschnürte und den Corriere della Sera auf dem Tresen auslegte, bereit zum Morgenverkauf. Jeden Morgen genoss sie den Geruch der Druckerschwärze. Eine frisch gedruckte Zeitung roch nach weiter Welt. Üblicherweise blieb Lisetta die Vormittage über im Kiosk, während Margarita ab halb acht Uhr ihre Runde ging, um ihren Abonnenten der Weststadt die Zeitungen auszuliefern. Um Bertina, die jüngste der drei Schwestern, die etwas später nachkam, da sie allmorgendlich die Tiere im Klostergarten fütterte, ging dann die Straßenrichtung Stadtmitte zur Piazza dei Signori ab und belieferte ihren kleineren Teil der Abonnenten. Dann wurde sie wieder im Kloster gebraucht. Die große Abendrunde der gesamten Weststadt für die Ausgabe des Gazzettino Veneto machte Margarita allein, denn die meisten ihrer Kunden holten sich die lokale Zeitung, die erst am späten Vormittag ausgeliefert wurde, über den Tag selbst auf der Piazza ab. Margarita sah durch die Eisblumen, die beide Ladenvitrinen die Ränder entlang einräumten, hinaus. Die Piazza und die schmale Via Riccati, an deren Ecke das kleine Lokal lag, waren leer, denn es war heute wieder klirrend kalt. Schon nach den Weihnachtsfeiertagen hatte diese ungewöhnliche Kälte eingesetzt. Margarita hatte die ganze letzte Woche mit doppelten Handschuhen und langen Wollstrümpfen unter dem längsten Tweetrock, den sie besaß, die Zeitungen ausgetragen und sich zusätzlich den Hut und den Kutschermantel ihrer Mutter ausgeliehen. So sehr hatte sie gefroren, trotz des raschen Gehens und trotz der sich immer wieder mit ihren Kunden entspinnenden Unterhaltungen über das ein oder das andere Thema, die diese Arbeit für sie so wertvoll machten. Keine Kundschaft, keine Menschenseele draußen. Sie nahm die erste Neujahrsausgabe des Corriere della Sera in die Hände und begann die Schlagzeilen und die Artikel zu überfliegen, damit sie sie wenig später ausrufen und mit einigen wenigen Kunden, die Margaritas Meinung zum Tagesgeschehen anhalten zu interessieren schien, auch diskutieren könnte. An diesem 1. Januar hatte es der Corriere wahrgemacht. Es gab erstmals eine Ausgabe an einem Feiertag. Am 24. Dezember, Margarita erinnerte sich genau, dem ersten Weihnachten nach einem wiedererlangten, wenn auch teuer bezahlten Frieden, hatte der Chefredakteur getitelt »Von nun an bringen wir Nachrichten für das siegreiche Königreich Italien an jedem Tag des Jahres« »Von nun an bringen wir nachher« 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 »Von nun an bringen wir nachher«